Servus, ich bin der Regel und ich trinke Bier. Heute gibt es ein ganz besonderes Bier, ein homöopathisches Getränk, Cannabatzee Humulus Lupulus Hordeum vulgare Fermentum und zwar in der D30 Verdünnung, eine wässrige Lösung zur unverdünnten Einnahme. Ui, hat einen schönen Zisch drauf. Na ja, wie schon bei homöopathischen Getränken, Schaum hat es keinen, aber eine wunderbare Klarheit, ganz fein perlich ist das Ganze. Riechen tut es jetzt eigentlich nicht so viel, dann probieren wir mal. Ganz weich, angenehme Medizinz. Kann für die Kinder zugänglich aufbewahrt werden, ja. D30, das heißt ja eigentlich 30-fache Potenz. Als Basis ist mir gesagt worden, war das ein obergäriges IPA. Rausschmecken tut man nicht mehr so viel. Und von der Wirkung, eigentlich heißt es ja, je höher potenziert, umso stärker die Wirkung. Wahrscheinlich wird das jetzt dann anschließen, wenn die Kamera raus ist, mit einem Bumps kommen. Der Schaum geht schon ab. Also der Andrunk ist ganz angenehm, ganz weich, umspielt das Ganze. Aber Haupttrunk und Nachtrunk ist relativ wenig. Also was da für eine Hopfensorte oder Malz? Hordeum, vulgarisch glaube ich, ist Gerste, also Gerstenmalz. Schmeckt meine Zunge nicht raus. Also geschmacklich ist es auch ziemlich neutral. Na ja. Ja, ein bisschen wasserig die ganze Geschichte. Das nächste Mal ein richtiges Bier wieder und nicht das homöopathische. Schauen wir mal, wie es wird. Bis zum nächsten Bier. Bis zum nächsten Bier. Bis zum nächsten Bier. Vielen Dank.